Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Jetzt muss ich erstmal den Blick ins Publikum wagen. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Herzlich willkommen beim Dreisat Kabarett Festival. Und der Sender hat mir nicht zu wenig versprochen, weil ich habe gesagt, ich lege viel Wert auf eine gelungene Mischung aus Ästhetik und Intellekt im Publikum. Und da sind wir... Ich finde immer, das Publikum muss auch ein bisschen zum Künstler dann dazu passen. Zumal wir heute auch einen feiligen Anlass haben. Es ist tatsächlich so, vor 25 Jahren bin ich das erste Mal in Mainz aufgetreten. Und das ist natürlich... Ich sehe mich da... Und seitdem... Für die, die im Ausland zuschauen, Mainz, heute nennt man es Biontech City. Und gut, ich muss fairerweise aber auch sagen, es ist natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet, dass ich heute hier bin. Und Sie wissen ja, wir leben im Zeitalter der Diversität. Das heißt, ein öffentlich-rechtlicher Sender wie Dreisat ist ja verpflichtet, sämtliche Ethnien, Stämme, Weltanschauungen im Programm abzubilden. Das heißt, ein Dreisat-Festival ohne Beteiligung aus Bayern. Ist so gesehen überhaupt nicht denkbar. Ja, zumal ja... Und der Bayer hat es ja besonders leicht, weil der Bayer vereinigt ja Ethnien, Stamm und Weltanschauung in seiner Person dann direkt. Also, ich muss auch sagen, mit dem tollen Empfang, ich fühle mich hier sehr wohl als Exot. Ja, der Bayer ist ja quasi der Südländer unter den Deutschen. Und gut, auch wenn ich mich wohlfühle, der Freistaat Bayern übrigens, der fühlt sich alles andere als wohl im Moment in Deutschland. Wir haben ja erstmals in der Weltgeschichte die Situation, eine Bundesregierung ohne bayerische Beteiligung. Und das nagt schon sehr am Selbstvertrauen der Bayern. Ja, da kommt passender Applaus von links außen. Aber es ist auch für Deutschland natürlich ein schwerer Schlag, weil, Sie wissen ja, Bayern in der Bundesregierung waren schon auch immer Garanten für Entertainment, will ich es mal sagen. Ich sage nur, Andrea Scheuer zum Beispiel, der ist aus meiner Gegend, ich schätze ihn, einer der wirklich außerhandesten Kollegen, will ich auch sagen, die es in der Kabarett-Szene gibt. Und, naja, schauen Sie, auch wenn jetzt einige Buchschreihen, seien wir ehrlich, wäre ein Andreas Scheuer heute russischer Verteidigungsminister, gäbe es keinen Krieg. Oder es wären ein paar Milliarden Entschädigungen fällig, das schon, aber es gäbe keinen Krieg. Und das ist ein bisschen schade, dass es aus einem ganz großen Blitzlichtgewitter heraus ist. Gut, dafür dürfen Sie jetzt da mit mir hier Vorlieb nehmen. Ich hatte es am Anfang erwähnt, Jubiläum, damals erster Auftritt in Mainz. Und ich kann mich deswegen auch sehr schön an diesen Abend damals in Mainz erinnern, weil danach etwas Kurioses passiert ist. Ich fahre nach dem Auftritt mit dem Auto Richtung Hotel. Und dann war eine rote Ampel und damals ist immer noch stehen geblieben an roten Ampeln. Und während ich da so warte, entdecke ich zufällig links so eine alte Litfaßsäule mit so alten Plakatfetzen drauf. Und auf einem dieser Fetzen war unten noch so ein bisschen halbwegs zu lesen, alles hängt mit allem zusammen. Dann wurde die Ampel grün. Ich war weiter, kurze Zeit später bin ich im Hotel, check ein, gehe hoch, putze die Zähne, lege mich ins Bett und schlafe ein. Nach drei Stunden war ich auf, bin hellwach, war nämlich Vollmond, bin sehr vollmondempfindlich. Dann bin ich aufgestanden, hatte so einen kleinen Druck auf der Blase, bin aufs Klo, habe kurz Wasser gelassen, danach Hände gewaschen. Und wie ich da mir so die Hände abtrockne, entdecke ich neben dem Waschbecken ein kleines Schild, wo draufsteht, wissen Sie, wie viele Handtücher täglich auf der ganzen Welt umsonst gewaschen werden. Ich habe kurz überlegt, bin ans Telefon, habe die Nummer von der Rezeption gewählt, ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich habe aufgelegt und bin dann wieder ins Bett. Aber an Schlaf war nicht zu denken, es war immer noch Vollmond. Und für so Vollmondnächte habe ich ein schönes Präparat dabei, und zwar immer in meinem Rucksack, ein Buch mit so Fußballersprüchen. Das hole ich dann raus, schlage es irgendwo völlig zufällig auf, lese einen relativ sinnlosen Fußballerspruch, mache mir so lange sinnlose Gedanken drüber, bis ich wieder einschlafe. Nur diesmal hatte ich einen äußerst interessanten Spruch erwischt, und zwar das weise Zitat des weisen Fußballphilosophen Detmar Kramer, das da lautet, wenn man am Sack ein Haar ausreißt, tränt das Auge. Ich glaube, poetisch hat noch nie jemand ausgedrückt, dass alles mit einem zusammenhängt. Da musste ich automatisch an das Plakat zurückdenken. Aber wenn wir jetzt im Hier und Jetzt landen, so wie die Dinge jetzt alle zusammenhängen, haut es ja irgendwo nicht mehr so recht hin. Und drum beschweren es ja auch immer mehr Leute. Und besonders intelligente Leute, oder Leute, die sich zumindest für intelligent halten, sagen dann schon mal so etwas wie, wir brauchen dringendst einen Paradigmenwechsel. Aber schauen Sie, ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, sollten wir nicht erst mal vielleicht uns selber hinterfragen, bevor wir alles andere dauernd in Frage stellen? Ja, wenn ich bei mir selber anfange, habe ich jetzt auch über 4000 Auftritte hinter mir, immer Schema F. Komm raus, Leute sitzen da, an einem normalen Abend rede ich ungefähr zwei Stunden, gehe dann ab. Und das war es dann. Und irgendwann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, sagen wir mal, war es das wirklich schon? Und wissen Sie, was mir dann mal aufgefallen ist? Nach so vielen Jahren auf der Bühne, ich habe eigentlich nie etwas über das Publikum erfahren. Das war für mich so Irritation. Ich habe gesagt, Wahnsinn, ich gehe in drei Jahren in Rente und weiß immer noch nichts über das Publikum. Wie leben Sie, wie geht es Ihnen? Heizen Sie schon mit Wärmepumpe? Haben Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Also all diese Tourneejahre, die haben mich scheinbar komplett oberflächlich gemacht. Ich habe es nicht mal geschafft, ab und zu in mich selber hineinzuhören. Und dementsprechend habe ich es nicht mal geschafft, mich selber ein bisschen kennenzulernen. Mir ist zum Beispiel erst vor relativ kurzer Zeit so richtig bewusst geworden, so vor Leuten auftreten, das liegt mir überhaupt nicht. Ja, wirklich. Ich bin ja total nervös, kann mal keinen Text merken, schaffst mich mal, dass ich jemanden in die Augen schaue. Und das ist mir nie aufgefallen. Aber wissen Sie, was noch schräger ist? Dem Publikum ist es auch nie aufgefallen. Also. Das konnte ich wirklich nur zurückführen an einen eklatanten Mangel an Kommunikation. Da habe ich gesagt, das muss sich ändern. Zumal wir in Zeiten leben, wo Kommunikation tatsächlich immer wichtiger wird. Psychosomatikexperten sagen sogar, ein solides Sozialleben mit vernünftiger Konversation ist gut für die Gesundheit. Während hingegen kritische Menschen, die neigen zu chronischen Entzündungen. Das würde bedeuten, als Kabarettist lebt man gefährlich. Ja, weil da ist ja das kritische Denken quasi systemimmanent. Aber da sagen eben diese Psychosomatikexperten, das schlägt irgendwann voll durch aufs Gemüt. Und daraus können dann, wenn es blöd läuft, wirklich tatsächlich entstehen irgendwelche Kreislaufbeschwerden und sogar Herzkrankheiten. Und jetzt werden Sie lachen. Ich habe zufällig vor drei, vier Wochen Routinecheck beim Arzt gehabt. Dann stellt er bei mir fest, ich bin allergisch gegen Herzkrankheiten. Der hat gesagt, du musst höllisch aufpassen. Herzkrankheiten können bei dir zu Beschwerden führen. Und dann stand ich da und denke mir, ja, muss ich dann aufhören mit dem Kabarett? Darf ich nur noch Comedy machen? Also so eine Art Musikantenstadel ohne Musik? Ja, aber dann hat mich doch der Ehrgeiz gepackt. Ich habe gesagt, nein, du musst diesen Spagat hinkriegen zwischen Kabarett einerseits, gesund leben andererseits. Nee, weil Kabarettist sein macht wirklich sehr viel Spaß. Kann ich zugeben. Weil wissen Sie, was das Tolle ist als Kabarettist? Du kannst hier vorne stehen und du kannst sagen, was du willst. Na gut, Sie können auch sagen, was Sie wollen. Aber es bringt nichts. Und warum bringt es nichts? Weil wir laut Politologen in einer postdemokratischen Gesellschaft angekommen sind. Das heißt, das einzig Demokratische, was uns noch geblieben ist, wir alle kriegen Post.